Kein anderes Thema ist zukunftsträchtiger als Strom und erneuerbare Energien. Gerade im Bereich Mobilität. Wie lassen sich Ressourcen schonen und Fahrzeugtechnik verbessern? Diesen Fragen geht man hier auf den Grund. Dem Verkehrshaus ist es gelungen, das Thema Strom und Energie spielerisch anzugehen. Eine riesige Karrierabahn führt durch Strom City. Bei jeder Station zur Stromgewinnung, sei es durch Wasser oder Wind, kann der Besucher Fragen beantworten. Liegt er richtig, fährt er sein Auto weiter zur nächsten Energiequelle. Antwortet er falsch, bleibt sein Auto liegen. Game over.